Oh, 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 so. Ja, hello, good morning, test, 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 eins, zwei, vier. Willkommen, Lara Stoll. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Ja, danke. Wir hatten es vorhin ganz kurz davor. Okay, ich behaupte, wir haben uns vor drei Jahren das letzte Mal gesehen. Und du hast das Gefühl gehabt, vor einem Jahr oder so. Ja, wir haben dort ein bisschen Zeit, haben wir uns ab und zu getroffen, zum Tee trinken. Ja, und zwar effektiv Tee trinken. Ja, haben wir dort gerade eine gesunde Phase gehabt. Ich glaube, es war eine recht gesunde Phase. Also zumindest bei mir habe ich gewusst, eine gesunde Ernährung. Und du bist, glaube ich, auch gerade von einer USA-Tour oder etwas zurückgekommen. Oder was hast du denn gemacht? Du siehst? Und hast noch Aufträge gehabt. Dann ist es definitiv drei Jahre her. Okay. Ja, mit dem Charlie bin ich gesehen. Ja. Und dann haben wir in New York, also Auftritt ist komplett übertrieben. Wir haben in New York für Open Mic, haben wir Geld gezahlt, dass wir dürfen auftreten. Genau, ja. Weil wenn alle Stars in Mixed Shows auftreten, dann will niemand, aber wirklich niemand, eine Show schauen, wo irgendwelche unbekannten Komikersachen ausprobieren. Das ist schon verrückt echt, dass es irgendwie dort noch schlimmer ist als da. Ich habe das Gefühl, irgendwann kommt es bei uns auch in diese Phase. Meinst du? Ja. Gut, es boomt ja schon recht, oder? Jetzt so in Zürich. Also es ist ja irgendwie lang genug gegangen, bis das Stand-Up-Zeug angekommen ist da. Und jetzt bist du eigentlich doof, wenn du das Lokal hast und nicht auch irgendeine Stand-Up-Abend organisierst. Genau. Und wenn das immer so weitergeht und dann irgendwann merkst du, also in Deutschland ist es jetzt langsam die Stufe, wo ich höre, nur wenn du TV-Credits hast, irgendwie im letzten halben Jahr plus minus und ein bisschen Namen hast, kannst du überhaupt noch bei einem Open Mic auftreten. Krass. Das heisst, wenn es eben so weitergeht, dann kommt irgendwann das erste Lokal, wo es sagt, du willst auftreten, gib uns doch irgendwie 3 Euro. Voll geil. Aber kann man dann wenigstens gratis trinken, weil bei den Poetry Slams ist es ja mal auch, ich meine, du hast ja dann nicht unbedingt, also du hast dich ja auch am Abend einfach anmelden können früher noch, oder auch jetzt bei vielen Open-List Slams eigentlich noch, und dann kommst du einfach die Pfarrspesen-Zahl-Zo im besten Fall und du kannst gratis trinken. Ich meine, wie ist es bei euch? Also in der Schweiz, das haben wir schon mal besprochen, auch in der Schweiz ist es kein Problem. Also in der Schweiz hat, glaube ich, noch nie irgendjemand dumm da, wenn du gesagt hast, darf ich nochmal ab und zu nehmen, was heisst, nicht harte Drinks und so, aber Bier und Softgetränke und eigentlich immer. Und in Deutschland sind sie, da bist du dann, wow, da darfst du die Gerd fühlen, wenn dir jemand einen Getränkepond rüber schiebt. Okay. Und also findet, hey, sag's nicht, du hast noch einen. Ich mag die. Ja. Das ist mein Svaterzimmer. Ja, und bei Open Mic, logisch wie es da, kannst du dich auch nicht bis zur Bewusstlosigkeit betrinken. Aber, aber das mit Fahrtspace und so, das ist mehr so ein Slam-Poltry-Ding. Weil beim Stand-up kriegst du mehr einfach fixe Gage und dann heisst, schau selber, wie du da hinkommst und wo du pennst. Aber man muss sich dann vorne anmelden, weil es eben mittlerweile auch viele Leute gibt, die mitmachen wollen. Ja, ja. Also um es das so organisiert haben. Oder du bist eingeladen sogar. So, hey, willst du bei uns auftreten? Dann darf man quasi. Aber seit wann fällt dir das auftreten? Also seit wann ist das jetzt so im Boom? Ja. Ja. Also was sicher, sicher sehr viel dazu beigetragen hat, ist wo Swiss Comedy Awards neu aufzogen worden sind. Ist das an Dani Gundelfinger seine Kiste gewesen früher noch? Genau. Okay, ja. Genau. Dani Gundelfinger, äh, 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 legend im Comedy-Business in der Schweiz. Und er hat ja auch noch angefangen, Comedy zu machen. Ja! Irgendwann, gell? Ich habe es leider nie gesehen. Ich habe es leider auch nie gesehen. Also Ausschnitt habe ich gesehen auf Video. Ja. Aber äh, der Dani Gundelfinger hat Comedy.ch, das ist seine Domain. Also einer der ersten überhaupt hat er die aufzogen. Genau, und das Comedy-Haus, oder? Und das Comedy-Haus hat er dann übernommen. Ja. Und er hat aber früher noch Swiss Comedy Awards organisiert. Und dort hat es aber mehr Talentwettbewerb gesehen. Und irgendwann ist es zu einer anderen Event-Produktionsfirma, Hauskrieg, die machen auch äh, Stand-Up im Bernhard-Theater. Und die haben das dann übernommen. Ja. Und mit dem ist dann der Talentwettbewerb zu SRF 3 gegangen. Und das ist jetzt der Talent Award. Vielleicht auch einfach wegen dem Namen. Swiss Comedy Award, oder? Ist ja wieder irgendwie, also, da übernimmt man dann ja wie einfach auch den Namen. Genau. Ja, muss. Ja, muss. Und, und gerade mit den, ähm, Talent Awards und so, wo dann halt eben auch SRF 3 gefunden hat, wir machen jetzt mehr Comedy und so. Also, ich glaube, das hat schon nochmal einen grossen Teil dazu beiträgt. Und, und wie es so oft ist, das hast du sicher auch erlebt im, 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 im Slam Poetry, dass, wenn es mal Menschen machen, dann ist die Hemmschwelle für andere Menschen, kleineres auch zu machen. Also man muss, irgendjemand muss mal anfangen. Und wenn es dann mal den Beweis gibt, ah, da gibt es jemanden, der das macht, heisst, ich kann das vielleicht auch machen. Ja, und vor allem, wenn es dann einmal gemacht hast, dann weisst du ja auch, okay, ich bin ja gestorben. Also ich brauche jetzt nochmal und versuche mich irgendwie zu verbessern. Aber, ähm, in diesem Punkt bist du, bist du ein wahnsinnig wichtiger Mensch für mich und das weisst du vielleicht gar nicht. Weil, mein erster richtiger Auftritt, Stand-up, habe ich mit dir gehabt, da in Syrien, in der Zucki. In der Zucki. Comedy in der Zukunft hat das geheißen. Und es ist, glaube ich, die zweite oder dritte Ausgabe gewesen überhaupt. Aha, genau, es hat den Zucki-Hund eine Zeit lang gemacht, das war eigentlich super bei der Zucki, wo sonst, äh, ja, einfach Partys und Konzerte stattfindet, am Montagabend. Und es sind irgendwie, ich habe es irgendwie auch eine super Atmosphäre gefunden. Also ich hätte jetzt auch meine Derniäre von meinem Programm dort gehabt, am 28. Mai. Ja. Weil ich sie irgendwie, ja, für mich ist die Zucki ja sonst ein wichtiger Ort geworden. Wieso hast du sie denn nicht gehabt? Ja, okay, und dann? Can I imagine? Äh, ja, jetzt ist es halt nicht dort, aber ich habe es einfach, ich finde irgendwie... Also wird es auch nicht dort sein? Nein, ich glaube nicht, weil es macht wie nicht so viel Sinn mit diesen Abstandsregeln im Moment. Könntest du ja irgendwie vielleicht 15 Leute dort tun oder so. Okay, vielleicht 20, aber... Also ich hätte es im Laufsweg gespielt. Ist das nicht so das, wo man sich ausmalt für eine Derniäre und ich mache es jetzt so, dass es eigentlich gar keine Derniäre gibt, sondern dass... Ähm, ich jetzt im Sommer so drei Läsungen mache, über den Sommer verteilt im Kosmos dann einmal und... der Villa Sträuli und den Kreuzlingen, ähm, wo ich wie altes und neues mische, äh, zum herausfinden, ja, was passt denn? Also ich habe im Herbst eine Premiere mit dem neuen Programm, es ist eine Art Tryout, wo aber auch, ähm, ich dann, wenn es jetzt irgendwie voll abkackt, ich mit älteren Zeugs vom alten Programm wieder ein bisschen aushebeln kann. Und dann ist es sicher einfach ein schöner, bunter Abend für die Leute und ich kann einfach ein bisschen herausfinden, äh, genau wie das neue Zeugs anfangen. Ja, also ich habe jetzt in der Longstreet Open Mic, äh, gespielt und, äh, Abstand Null. Weil, weil das ist, also es gibt drei verschiedene Schutzkonzepte momentan irgendwie und eins davon ist... Wirklich, ja. Eins davon ist, du bist... Also es gibt ja das Rote, oder, wo du dann einfach wie selber schuld bist. Du musst deine Daten sicher angeben. Genau, ja. Und du musst dir bewusst sein, dass du vielleicht in eine 14-tägige Quarantäne geschickt wirst. Genau, ja. Und, und, äh, uns wird empfohlen, eine Maske zu tragen. So, aber, also es hat jetzt... Achso, du hast jetzt schon gespielt? Ja. Und, okay. Und haben sie Masken angehört? Nein. Nein. Und es ist mega weird gewesen, weil, äh, wenn du so, du gehst auf die Bühne und du siehst Leute so nahe beieinander sitzen und du denkst so, ah, irgendwie, ah, ich weiss nicht gut das. Ja, aber, aber... Und bist du, bist du auf das Eingegangen, auf die ganze Situation? Ich bin auf der anderen Stand und habe gesagt, ich habe nichts, ich habe nichts vorbereitet. Also im Sinn von, was, ja. Mal schauen. Sehr lustig. Aber, wo eben das in der Zucki damals gesehen ist, ähm, dort ist eben Comedy, das habe ich noch nicht vorhanden gesehen in der Schweiz. So, als Lay-Bool. Ist das eins von den wenigen Formaten, oder fast das einzige war in Zürich, oder? Es hat von Daniel Grunderfinger die offene Bühne gegeben. Ja. Was halt ein bisschen... Lacher. Lacher machen. Lacher machen. Ja, und dort, wo ich dort auftreten bin, dort habe ich den Charlie kennengelernt, da sind sechs Leute im Publikum gesehen. Und einer davon ist der Sevi Reichiger gesehen, und der hat dann eben gesagt, kommt zur Comedy in der Zukunft. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass du dabei bist, und ich habe irgendwie, das ist bei Jacques Obermüller gesehen, und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, Lars, das ist da. Stimmt, hast du, glaube ich, noch nicht mal dein erstes Programm gehabt, aber du bist gerade so ein bisschen am Konzipieren gewesen. Ja, ich habe nichts, ich habe dort einfach, für den oben habe ich zweimal 15 Minuten, oder was ich gesehen habe, vorbereitet. Und, und was dann eben krass gewesen ist, ist, ich habe das Zeug gespielt, und hat einiges funktioniert, und einiges auch nicht, und so, und du bist dann noch zu mir gekommen, das weisst du wahrscheinlich nicht mehr, aber du hast dann gesagt, äh, von dir werden wir noch viel hören, in den nächsten Jahren, und ich bin so gesehen, oah, bin ich aber nett gewesen, ja, und alle wissen, natürlich, aber du hast wirklich, du hast gesagt, super lustig gesehen, und von dir werden wir noch viel hören in den nächsten Jahren, und ich so, oh mein Gott, Lars, stolz hat mir das, und ich habe keine Ahnung, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel du, oder sonst jemand gekommen wäre, und gesagt hat, hey, äh, lass das lieber, ich weiss ja nicht, was dann passiert wäre, so. Ja, aber dann hättest du es ja gerade umso mehr noch zeigen, oder? Ja, aber es hat mich, es hat mich auf jeden Fall motiviert, dann zu sagen, geil, ich mache weiter, und an diesem oben sind wir noch. Ich glaube, man merkt manchmal einfach, wie jemand sich auf der Bühne, auch wenn der Inhalt noch nicht so aboie ist, aber die Ausstrahlung und, 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 und das Perfamative, ob das jemand, geht's. Ja, es ist widerlich. Kaffeesatz? Nein, der Rahm ist... Oder Durk-Kaiti? Uah. Okay. Uah. Sonst willst du ein wenig Mineral? Ich nehme nachher den anderen Kaffee. Du hast gesagt, ich soll den anderen Arm nehmen. Du hast gesagt, ich soll den anderen Arm nehmen? Ich habe das nicht gehört, scheisse. Der hat so Fetzen. Boah, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja. Ja. Ich glaube, das merkt man dann einfach, ob es den Leuten ein wenig liet oder nicht, oder wie sie sich halt anstellen auf der Bühne, weil es braucht schon so ein wenig das Gehen, oder? Also man kann sich ja vieles beibringen. Man kann auch, also Leute, die sehr unsicher sind, können gleich nach Jahren irgendwie eine super Show abliefern auf der Bühne. Dann braucht es vielleicht dann einfach ein wenig mehr, dass man an sich arbeitet und irgendwie Nervosität abbaut. Aber ich glaube, bei dir hat man einfach gespürt, dass du so eine natürlich geborene Rampensau bist. Oder dass das irgendwie da ist und auf alle Fälle, dass du dich nicht beeindrucken lasst. Oder so hat es auf alle Fälle gewirkt und dann, ja. Ich habe es sehr nah gefunden. Und vor allem sind wir danach, hast du dann gesagt, hey, wir gehen noch zu einem Kollegen heim, kommst du auch noch mit? Wo sind wir dann hin? Ja, wirklich in der Nähe. Ja, sind wir nicht sogar da ums Eck an der Bäckerstrasse? Das ist gut möglich. Also wir sind in irgendeiner WG sind wir dann gehängt und haben roten Tee getrunken. Ja, roten Tee. Bis irgendwie halb fünf Jahre alt und ich habe es geliebt. Ich habe wirklich gesehen, oh mein Gott, das ist so, das ist so, das ist so das, was ich will machen, so an dieser Stelle. Und ich habe das wirklich grossartig gefunden. Und... Und nachher hast du das in Basel so ein bisschen angefangen zu machen, oder? Das Kommen-In-Balz-Ding. Dann habe ich ein Datum gehabt für die Premiere und habe dann glaube ich noch neunmal, einmal 15 Minuten an so einer offenen Bühne, nachdem drei Tänzerinnen irgendetwas gemacht haben und der Jongleur und so, habe ich dann noch so ein bisschen Stand-Up probiert. Und dann ist die Premiere, darum ist sie in meinem Kopf auch immer so quasi der erste wirkliche Auftritt, ist dann 80% noch nie gespieltes Material gesehen. Das ist schon sehr mutig. Also weisst du, ich mache das ja jetzt, oder vielleicht bin ich über die Jahre, in denen ich das mache, auch ein bisschen heikler geworden oder eitler, dass ich mich gar nicht mehr so viel getraue und jetzt muss ich eben im Sommer diese Läsungen machen, um auszuprobieren und dann ja nicht irgendwie allzu fest zu scheitern. Gut, am Anfang musst du ja einfach mal raus damit, oder? So ganz am Anfang. Vielleicht baut sich der Mut wirklich ab, das ist eigentlich schade. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Es gibt dann auch andere Erwartungen halt von den Leuten. Genau und mit der Erfahrung, ich glaube nicht, dass es wenig Mut ist, sondern mit der Erfahrung gibt es einfach gewisse Sachen, wo man dann vielleicht nicht mehr ausprobiert, weil man mit der Erfahrung findet, ich glaube das funktioniert nicht und das ist vielleicht das Falsche, weil ab und zu liegt dann... Gut, aber du gehst ja wenigstens noch auf die Stand-Up Open-Mic-Bühne, oder? Du gehst ja wahrscheinlich vor allem zum Neues ausprobieren, wo du dann in dein Programm nehmen kannst. Genau, definitiv. Ja, ja, aber man liegt öfters richtig mittlerweile, wo man so denkt, das wird funktionieren, das wird nicht funktionieren. Probierst du denn überhaupt Sachen aus, wo du denkst, das wird nicht funktionieren und dann funktioniert es auch nicht? Genau, aber ich denke dann manchmal muss man vielleicht das dann anders präsentieren, mit der Überzeugung, das funktioniert. Ja, mega, ich freue mich, das ist ja immer die Frage, oder? Kannst du jeden Inhalt performen und je nachdem wie du es machst, ist es grossartig? Also, weißt du... Also, ich habe gemerkt, vor dem letzten Programm habe ich neun, 15 Minuten ausprobiert, wo ich sage, 10 Minuten haben nicht funktioniert, aber die Leute haben es wie nicht gemerkt. Weil ich es einfach mit so einer Überzeugung... Das kann ich überspielen. Genau, mit so einer Überzeugung weggespielt habe, dass die das Gefühl hatten, das gehört einfach so dazu. Und jetzt, der erste Auftritt nach drei Monaten Pause, null die Bühnenpräsenz und all das Zeug, sondern wirklich einfach hingestanden und dann merkst du, ah, dann reicht es definitiv nicht. Wenn du etwas probierst, wo vielleicht noch nicht stimmt und wenn du das dann nicht mit dieser Überzeugung wegspielst, dann kannst du vergessen. Also, ist es in dem Fall nicht so gut gelaufen jetzt gerade? Nein, also, es ist lustigerweise, die letzten eineinhalb Minuten sind gut gelaufen. Okay. Aber das ist ja das Wichtigste. Dort ist dann die Nummer gesehen, wo ich gesagt habe, ich glaube, die funktioniert. So, weißt du? Okay. Und die hat dann tatsächlich schon funktioniert. Nein, aber es ist nach der Show scheinbar grundsätzlich so. Ist das jetzt Teil von deinem Programm gesehen oder eher so Trial and Error? Oh nein. Das macht mir jetzt mega weh, dass du nicht sagst Tryout oder so. So ein Trial and Error, weißt du? Ja, das ist auch nicht so. Das ist nur gut. Aber es ist auch, es hat die dann auch gesagt, es ist wahrscheinlich auch eine krasse Erwartungshaltung gesehen jetzt vom Publikum. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, du musst es irgendwie thematisieren. Du musst irgendwie, aber du kannst dann auch nicht alles so machen, weil irgendwie will man es dann doch nicht nur das gehören als Publikum. Das muss, glaube ich, jeder Künstler für sich selber herausfinden, wie er die wie er das jetzt anstellt. Und es ist auch noch schwierig. Aber man muss es wie so ein, zwei Sprüche machen, um es abbauen, oder? Genau. Damit man nachher es in andere Inhalte bringen kann. Ja. Aber ich bin jetzt, ich habe jetzt am Samstag, habe ich den ersten Auftritt wieder seit langem. Und es ist noch schräg. Ich fühle mich auch so ganz komisch. Gut, ich probiere auch viel Neues aus oder fast nur Neues. Ja. Aber ja, ich bin so recht angespannt, merke ich. Ich bin so gar nicht im Rhythmus drin. Das ist noch lustig. Und das ist eben der Rhythmus. Der macht so viel lustig. Weil das habe ich jetzt gemerkt. Jetzt habe ich einen Auftritt gehabt. Zehn Minuten. Mhm. Und wenn du im Rhythmus bist, und selbst das Ergebnis wäre so gesehen wie jetzt, wo du sagst, ich behaupte, das ist jetzt klassisch Mittelmaß gewesen. Weil eben ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar Sachen haben gar nicht funktioniert. Mhm. Im Normalfall würdest du das einfach nehmen, abstempeln, sagen, ja, weil den Tag davor hatte ich einen Auftritt, der war Bomben, und zwei Tage vorher hatte ich einen, der war absolut Kacke gesehen, und am Schluss sagst du dann so, klassische Wochen, oder? Mal so, mal so, ganz normal. Aber wenn es jetzt nur einer ist, dann bleibst du so auf dem Hocken und hast eben nicht den Rhythmus. Jetzt musst du das so studieren und verarbeiten, der eine. Nein, und das komische ist auch das Material, weil irgendwie, ich habe dann gemerkt, was soll ich jetzt, ich kann euch jetzt nicht erzählen, so der Klassiker, ja, also letzte Woche bin ich im Träumli gesehen, und das und das, also weißt du, nicht, dass du das gerade würdest machen, aber du machst ja den Alltag, wo du sonst probierst, irgendwie zu thematisieren, da hast du jetzt einfach keinen Alltag gesehen. Und dann fangst du auf einmal an. Ja, aber ich habe gemerkt, bei mir sind jetzt viele so ein Stück über Einsamkeit entstanden. Und so, wirklich so, mich mega mit dem auseinandergesetzt. Aber ich habe es auch sehr zelebriert, also ich muss sagen, wenn ich jetzt so rumschauke, ich, oder so, ich habe das Gefühl, in Zürich ist schon wieder wie so ein Bienenest eingestochen und ich werde eigentlich einfach nur sofort wieder zurück in den Lockdown. So, ich habe es extrem genossen, mich mal oben runterfahren und uns fokussieren. Ich habe, ich habe, ich habe, und hier rumzurennen die ganze Zeit. Ein Abend habe ich gehabt, wo ich gefunden habe, ich bin ja nur noch so Teilzeitraucher, so in Gesellschaft und, 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 und wenn man Alkohol trinkt, muss nicht immer gekoppelt sein. Und, ähm, dann bin ich so, an einem Sonntag Abend habe ich gefunden, ich kaufe jetzt ein Packchen Zigaretten. Ich habe jetzt Bock zu rauchen, weil ich so eh nichts zu tun habe, so, in dieser Stelle. Und dann bin ich am Bahnhof gegangen und ich habe Sonntag zu Abend den Bahnhof gesehen und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin so einem apokalyptischen Film, weil es fahren schon Züge, aber es ist der ganze Bahnhof, sonst ist zu, du hast keine Menschen und dann gehst du so in den einen Coop Pronto, wo irgendein 80er Gedudelsong gerade am Radio läuft, irgendwie, was weiss ich, irgendwie Fleetwood Mac or irgendwas, und, und einer, der irgendwie so den Kühlschrank anstarrt, und, und sie, der sie so mit den Händen unter Masken bedient, und dann habe ich das Gefühl, ich bin ja fucking Film, das gibt es gar nicht. Und, und irgendwie, ich romantisiere dann so Scheisse. Also ich fand das dann mega geil gefunden, irgendwie. Ja, eh, halt die, die Stadt auch mal so zu erleben, also ich bin, ich habe angefangen Joggen, und bin einmal im Kreis 1 rumgerannt, und es ist einfach niemand da, oder, und du rennst so durch die Beläbtisse, wo sonst alles einfach so wimmelt von Leuten, und es ist echt so mega speziell, also irgendwie, wir sind geil. Ja, und hast, also jetzt, jetzt hast du den ersten Auftritt, hast du das Auftritte an sich vermisst? Es geht, also ich bin, ich mache meinen Job eigentlich sehr gern so, aber auch nicht, zu oft. Also ich habe jetzt überhaupt nicht so das Rampensau-Ding, dass ich, muss möglichst viel auftreten, und ich irgendwie träume von einer grossen Karriere noch in Deutschland, oder dass ich irgendwie immer ins Fernsehen will, oder so, und möglichst viel Arbeit habe. Ähm, ich mache eigentlich so viel, wie es mir zum Leben langt. Und das ist dann irgendwie vielleicht so ein Auftritt in der Woche, vielleicht zwei. Mehr möchte ich wie auch nicht, weil ich merke, mir verlangt es manchmal noch recht viel ab, so die Leute zu bespassen. Ja. Und ich habe nicht, ich bin manchmal auch recht loonisch, und ich habe, ich, es ist dann eine verdammt Überwindung, um irgendwie, wenn du jetzt nicht so einen guten Tag hast, halt fröhlich Mensch zu sein, und quasi dich aufzuopfern für andere. Ja. Und darum kann ich das dann wie nicht so oft machen, sonst geht es mir dann auch irgendwie nicht mehr so gut. Und darum habe ich es jetzt eigentlich nicht so vermisst, muss ich sagen. Aber auch, weil ich jetzt an neuem Inhalt arbeiten konnte, was auch bitter nötig war. Ich glaube, dann macht einem das ja auch wieder viel mehr Spass. Ich habe jetzt mein altes Programm recht lang gespielt. Gut, also drei, vier Jahre. Ich weiss nicht, ob das viel ist. Für die einen ist das vielleicht lang, für andere weniger. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich habe mich auch wieder sehr entwickelt in dieser Zeit. Und es ist jetzt einfach wirklich nötig, dass ich mal kann. Ich bin ja auch die ganze Zeit am Multitasken mit so vielen verschiedenen Projekten, mit Filmprojekten, Musikprojekten. Und eben finanzieren tun ich mich natürlich mit den Auftritten als Slam-Poetin. Und ich habe aber durch das mit das Filmprojekt zuletzt, da sind wir jetzt fast ein Jahr am drehen gewesen. Und du kommst dann einfach wirklich nicht dazu, um mal hinschauen und vielleicht drei Monate oder zwei oder nur einen Monat mal konzentriert neues Zeug zu schreiben. Ja. Das ist einfach so jetzt nötig gewesen, dass ich das kann. Und wenn jetzt irgendwie das Corona-Ding nicht gewesen wäre, dann hätte ich ein paar Aufträge gehabt und ein paar Auftragsarbeiten. Und ich glaube, ich wäre wieder zu nichts gekommen. Ja, vor allem, weil Kreativität ist ja auch bei mir so ein bisschen die Erfahrung. Die muss sich ja immer zuerst entfalten. Du kannst ja nicht einfach einen Schalter anstellen und sagen, jetzt sind wir zwei Stunden kreativ, dann sind wir es nicht mehr. Absolut, ja. Es ist gut, sich zwar an die Inseln zu setzen. Ja, mega. Und auch, ich glaube, das Prokrastinieren oder das eben so halt, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten, bis ich wieder mal, aber das staut sich dann so an. Genau, ja. Und dann ist es so, jetzt und dann raus damit. Ja, aber wenn du den ganzen Tag mit sonstigem Zeugs beschäftigt bist, dann kannst du nicht überhaupt in diesen Modus reinkommen. Also eben, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Absolut, ja. Und du hast mir auch mal gesagt, es braucht mega viel Überwindung, bis man dann eben endlich mal beginnt zu schreiben. Aber es hat sich sicher unterbewusst, es hat sich mega viel in dieser Zeit schon gemacht. Ja, also ich finde, es ist einfach eine Tagesverfassung, nicht? Ja, natürlich. Also du hast zwar die Ideen und alles ist da, aber jetzt ist einfach nicht der Moment, dass ich es so niederschreiben könnte, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube, ich muss wie jetzt Grotwit trinken und morgen das nochmal probieren oder so. Es ist auch mal so ein bisschen der richtige Moment. Also bei mir ist es einfach so. Ich glaube, es ist nicht so, dass das jetzt bei allen so ist. Nein. Weil ich denke, es gibt ja auch so Kolumnenschreiber oder eben so Leute, die halt jeden Tag etwas Neues, also weisst du, wenn du so im Rhythmus drin bist und das immer machst, ich glaube, dann ist es auch etwas anderes. Ich glaube, dann ist es aber ein bisschen ein Zahlenspiel. Also weisst du, das, was wir im Versteckten machen, nämlich irgendwie schreibst du zehn Ideen auf und von dem ist dann so eine brauchbar und dann schreibst du dann weiter und dann probierst du das mal und dann funktioniert es nicht. Und das machst du noch neun andere Mal und dann hast du mal etwas, was funktioniert. Mhm. Habe ich zum einen das Gefühl, also es gibt mega tolle Kolumnisten und es gibt sicher solche, die hohe Prozentrate haben an guter Qualität. aber ich habe dann das Gefühl, es ist auch so ein Zahlenspiel, weil eben du musst jede Woche oder was auch immer der Rhythmus ist. Ja, ja und wahrscheinlich hast du so kleine dramaturgische Raster und dann füllst du die so ein bisschen auf mit. Genau. Und dann kommt mal auch einer raus, der deshalb sagt, ach das ist, das ist, das ist, das hat mit Tom Gisler mal mega lange darüber geredet, wo quasi ja wie am Radio eine Audiokolumne macht, jeden Freitag. Mhm. Und er sagt, das ist so eben formabhängig und manchmal springt die Idee schon am Montag an und es geht von alleine. Und mit der Zeit dann auch die konstante Angst, das habe ich ja schon mit Stand-up und mit Material, es passiert immer etwas. Aber man hat immer so im Hinterkopf so ein kleines Denken. Ja, so. Vielleicht kannst du es plötzlich nicht mehr. Irgendwann passiert nichts mehr und ich habe nichts mehr zu erzählen. Ja. Irgendwann denkst du, ich habe meine ganze Kindheit erzählt. Ja. Und dann merkst du, ach nein, ich habe vielleicht ein Prozent meiner Kindheit erzählt. Ja, aber vielleicht ist das dann der Moment, wo man sich in gefährlichere Situationen begeben als Mensch oder so. Oder irgendwie aus einer Bubble rausgetreten, damit man wieder mehr zu erzählen hat. Aber darum sage ich mega oft. Sollte ich mal an einer Gang beigetreten oder so. Aber darum habe ich mega oft Situationen, wo ich einfach, ich will es eigentlich nicht machen und ich sage ja, weil ich mir denke, vielleicht gibt es gutes Material. Mhm. Ja. Hast du mal Yes Man gesehen mit dem Jim Carrey? Ja. Wo man einfach zu allem ja sagen muss. Ja, voll, ja. Und es geht so ein bisschen in die Richtung, wo du einfach so denkst, ja, also komm, machen wir mal. Ja. Und mein bester Freund sagt immer, aus diesem Grund würde mir wirklich so viele komische Dinge passieren. Mhm. Weil man es dann irgendwie eben so probiert zu umarmen, was jetzt komisch passiert. Absolut. Es ist ja für mich auch einfach eine schlaue Art von Psychotherapie. Mega. Was man da macht. Statt dass du jemandem viel Geld zahlst, um über deine Probleme zu reden, nimmst du ein bisschen Geld ein, um über deine Probleme zu reden. Mhm. Oder mit dem Publikum. Das hat ein Freund von meinem Vater gesagt, nach meiner Premiere, nach der eben damals im 3. Jahr oder so. Wie hat das eigentlich geheissen, das Programm? Multitalentfrei. Wirklich? Ja. Das war das erste. Und wie hat das zweite geheissen? Wienerli Promi. Ja. Das Würstchen habe ich noch. Das Würstchen. Im Kopf gehabt. Das wäre auch gleich gewesen. Würstchen. Ja, aber krass. Und jetzt bist du schon am dritten? Nein. Jetzt habe ich das vierte abgespielt. Wow Mann. Du hast mich so überholt. So gut. Ich habe das vierte abgespielt und jetzt im Herbst kommt das fünfte. Wie lange spielst du noch die Arme? Ein halbes Jahr und dann machst du noch. Die ersten drei habe ich jeweils eineinhalb Jahre gespielt. Ich habe immer so November Premiere gehabt. Ja. Alle zwei Jahre. 13, 15, 17. Jetzt im 19. Und jetzt im 20. Aber ich bin ganz ehrlich, das hat auch damit zu tun, dass ich jetzt nicht mehr ganz so lange spiele. Also dann kannst du einerseits... Wie nicht mehr so lange? Früher habe ich 90 angepeilt und dann ist es irgendwie 120 geworden. Mhm. Und jetzt habe ich ein anderes Format, wo ich spiele am Stück. Ich mache keine Pause. Ich auch nicht. Wirklich? Wie es mich anschiesst, so nach der Pause nochmal auf die Bühne. Ja, vor allem. Aber es ist ja eine Frage vom Energiehaushalt. Und ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich empfinde gerade Stand-up. Ich glaube, es ist keine Kunstform, wo... Die eine Pause zulässt. Ja, wo man es unterbrechen sollte. Ich verstehe es bei einem Theaterstück, wo du Perspektiven wechseln machst. Oder eben wenn es wirklich... Das finde ich im Fall lustig, dass du das auch so machst. Also... Aber ich bin dann jetzt einmal einfach etwa eine Stunde. Genau. Ich habe es mir einfach so bequem wie möglich gemacht. So, okay. Unter diesen Bedingungen mag ich meinen Job machen und unter anderem nicht. Und es ist lustig, dass es doch viele Leute akzeptiert haben. Oder auch kleine Theatern, die sagen, ja, was ist das? Eine Stunde... Gut. Ich sage dann auch wie, es ist eine Läsung. Ja. Es ist halt wie so etwas Spezielles. Genau. Und dann kann man von mir aus nachher nochmal einen Act buchen. Oder das noch mit... Lina Button oder sonst irgendeine Musik... Kombinieren. So, ja. Also bei mir ist es so, ich habe fix noch einen Support-Act dabei. Also wirklich... Ah, schon. Okay. Ja, wie in England und Amerika. Ja, wer möchtest du nochmal mit? Der Cenk. Kennst du den Cenk? Wie heisst der? Cenk. Cenk Korkmaas. Nein, ich kann nicht. Aber ich muss sagen, ich beobachte die Schweizer Comedy-Szenen jetzt auch nicht so extrem. Aber der Cenk ist grossartig. Also gut. Und dann könnt ihr die Reportage teilen. Also musst du dafür den Preis zahlen quasi, dass du alleine nicht abends spielst. Dass du ihm natürlich auch noch anständige Gage zahlst. Ja, ich zahle ihm meiner Meinung nach recht anständige Gage. Und wenn es dumm läuft, dann bin ich da, der drauf liegt. Aber dann spielt er so 20 Minuten. Genau. Und dann gibt es nochmal ein Päuschen. Richtig. Ah, wirklich? Okay. Wie lange? So lange halt, wie die Veranstalter wollen. Weil das ist bei uns... Also nochmal ein Getränk holen. Genau. Weil das ist bei uns so ein bisschen der Backlash gewesen am Anfang. Von wegen... Also erstens, die Pause habe ich gewusst, dass ich das wollen. Lustigerweise heisst es jetzt auf einmal, wegen Schutzmassnahmen so, wir machen keine Pause. Mhm. Weil es gibt ja zu viele Gläufe sonst. Also jetzt geht es auf einmal. Ja, ja. Ja, ja. Und vor allem, was ich bei Backlash gesehen habe am Anfang war, wir können doch nicht nach einer halben Stunde schon Pause machen. Das ist viel zu früh. Ja, ja. Und dann merken sie auf einmal, aha. Ja, aber weil Joel am Anfang noch auf die Bühne geht und sagt, übrigens danach spiele ich am Stück und das geht dann sicher eine Stunde, wenn nicht sogar länger. Mhm. Bestellen doch vielleicht gerade zwei. Mhm. Dass das die Leute auch machen. Ja. Und dann sagen, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Aber es ist der Klassiker. Du musst, du musst, du musst mal, äh, äh. Du musst mal, äh, äh. Du beweisen, dass es geht. Genau. Du musst etwas durchbrechen und dann funktioniert es auf einmal. Aber dann spielst du eine Stunde oder ein bisschen mehr. Ja, ja. 70 sind es im Normalfall. Ja. Aber ich finde, es geht echt gut. Ja, weil es macht ja dann keinen Sinn, also wenn ich jetzt irgendwie eine Pause hätte, ich finde es auch mal so komisch, 45 Minuten und dann Pause oder irgendwie eine Stunde und nachher spielst du noch so eine halbe Stunde. Nein. Ja. Massimo Rocky und ich haben mal über das geredet. Und wirklich, es gibt keinen Menschen, der einfach eine Stunde lang über eine Pause philosophieren konnte. Das habe ich so geil gefunden. Warum eine Pause? Ja. Wirklich, ja. Crescendo. Decrescendo. Und dann nachher geht es eine Stunde. Ja, ja. Das ist so geil. Ich probiere ihn mal im Podcast zu holen und dann soll er über die Pause referieren. Ja, das ist gut. Das wäre der Shit. Das ziehe ich mir dann rein. Ja, aber das ist ja super, so neue Formen. Eben, man muss das gar nicht so konservativ betrachten und es beruhigt mich jetzt eigentlich auch. Ja. Ja, ich finde es mega schön, weil jetzt auf einmal sage, auch in der kommenden Szene so zwei Drehen, ich überlege mir für das nächste Programm vielleicht auch am Stück zu spielen. Und jetzt auch wegen Corona haben wir den verschiedenen Locations angeboten, dass ich vielleicht auch zweimal am Abend spiele. Mhm. Wir können nicht mehr so viele Leute reinlassen, dann spiele ich am 7. und am 9. Weil es geht zeitlich. Ja. Und das würde ich mir auch für die Zukunft irgendwie ein bisschen wünschen, dass man so Möglichkeiten machen kann. weil der Aufwand ist ja vor allem, dass du da hin gehst. Ja. Ja. Und irgendwie noch das Zeug aufbaust etc. Und ich habe aber kein Problem, früher habe ich auch zwei Stunden gespielt. Also wenn ich dann eine Stunde und später eine Stunde spiele. Ja, ja. Eigentlich voll, ja. Und solche Sachen finde ich eigentlich schön, wenn sich der Permafrost ein bisschen löst. Ja, ich muss sagen, ich habe dann auch lieber an einem Tag zwei Auftritte, auch auf verschiedenen Orten, wie an zwei verschiedenen Tagen irgendwo. Genau, ja. Also eigentlich könnte man... Das macht schon Sinn. Am geilsten war so ein Arbeitstag. Ja, so. Einmal im Monat. Voll durchgeplant. Von neun Uhr morgens bis fünf Uhr zu oben. Nein, ich spiele auch mega gerne mehrere Tage hintereinander, wenn die Fahrten dazwischen nicht zu lang sind. Also ich könnte wahrscheinlich... Vielleicht in der Schweiz, also was ist denn nicht zu lang in diesem Fall? Ja. Zwei Minuten. Genau. Nein, eine Stunde finde ich immer okay. Ja. Wenn es drüber geht, ist es so ein bisschen ermüdend, sagen wir jetzt mal. Und ich finde es zum Beispiel geil, wenn ich jetzt fünf Tage hintereinander... Also in Basel sowieso, aber wenn ich einfach dort bleibe, dann finde ich es geil. Dann spiele ich mega gerne dreimal hintereinander. Oder... Olten. Oder... Ja. Was auch immer. So. Ja. Aber mein Problem, das ich bezüglich dir habe, ist, dass du nicht mehr Comedy-Mixshows machen willst. Ja. Doch, ich mache doch. Bist du nicht auch dabei bei der... Oder wer hat mich denn da gefragt? Das ist glaube ich auch der Zuckrehund gewesen. Ja, ich mache so ab und zu schon wieder mal mit. Aber es ist... Jetzt, wo ich wieder ein kleines Material habe, kann ich mir das auch wieder eher vorstellen. Aber manchmal bin ich dann auch so ein bisschen abgelöscht und dachte so, es muss jetzt nicht auch noch sein. Irgendwie. So. Aber ich glaube, die Chancen stehen jetzt nicht so schlecht, Joel. Wirklich? Ja. Also ich gebe dir nachher noch etwa 37 Daten. Oh Gott. Wenn eins klappt, bin ich schon mega happy. Also einen machen wir ab. Nein. Ich muss gut auswählen. Aber machst du da in Zürich auch etwas? Oder ist das dann... Wäre das dann in Basel? Äh... Mittlerweile haben wir... Auch wieder mal in Basel. Ich bin ja nie in Basel. Und dann spiele ich auch einmal in Basel im Parterre. Da kommen 14 Leute, wie sie mich nicht kennen. Also weisst du, das ist wirklich so. Wie so nochmal eine kulturelle Röstigraben zwischen Zürich und Basel. Also das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Aber auch bei Künstlern aus Basel, die es in Zürich dann schwer haben. Wirklich? Ja. Das habe ich eben... Da bin ich immer gefragt worden. Das habe ich nie so empfunden. Ich habe Zürich... Ja, aber du hast da vielleicht schon etwas Präsenz gehabt. Ich weiss doch auch nicht warum, weil du ab und zu da warst. Aber wenn du nie in einer Stadt bist, in Biel habe ich dasselbe Problem gehabt. Ja, ja. Du hast keine Kolumnen dort. Du hast vielleicht keine Werbung gemacht. Selber Schuld. Aber irgendwie hat mir einer immer gesagt, der Vorkauf läuft schlecht. Mach doch irgendwas so. Und du bist privat nie dort. Ich bin aber auch fest der Überzeugung dort, wo du als Künstler erfolgreich sein willst, dort musst du leben. Sonst klappt es fast nicht. Ausser du hast natürlich irgendwie etwas im Schweizer Fernsehen, wo du regelmässig deinen Kopf anhebst. Ja. Ja. Basel an sich ist schon mal sehr speziell, weil Basel hat mit Vorfasenacht und solche Sachen ein riesen Kulturangebot, das schon für Einheimische ist. Wenn du alle die Tickets zusammenrechnen, die dort verkauft werden, das sind, ich behaupte jetzt mal, mindestens 50.000. Das heisst, von dem normalen Kulturkuchen, der in irgendeiner Stadt oder irgendeinem Ort vorhanden ist und die Menschen sagen, das gehe ich konsumieren an Kultur, fällt einfach schon drei Viertel, vier Fünftel, was weiss ich, von dem Kuchen weg. Dann hast du noch ein bisschen andere Sachen, dann hast du noch so einen Trottel wie ich, der ab und zu spielt. That's it. Nein, dann hast du noch Gastspiele, logischerweise wie immer, weisst du, Zirkusknie, Sachen im Musicaltheater etc. etc. Und dann kommt in diesem Fall Lara Stoll ins Paartheir. Und das hat dann nichts mehr mit dir an sich zu tun. Das hat damit zu tun, dass, ich weiss nicht, was ein Budget ist von einem normalen Schweizer, der sich für Kultur interessiert, aber Du meinst, die Leute sind übersättigt? Nein, nicht einmal übersättigt, sondern es braucht einfach wie nochmal einen Zusatzschritt, dass man sich dann öffnet für das. Also der Zuccolini zum Beispiel, der hat mir erzählt, dass er mega lange gebraucht hat in Basel. Aber dann ist es wirklich, wie von einem Tag auf den anderen, hat es angefangen zu switchen. Einmal sind Leute gekommen und die haben es geil gefunden und danach hat sich die Lawine ins Rollen gebracht. Aber die Basler sind so, ich gehe im Januar das schauen und ich gehe im April ist das und im Herbst ist das. Und um dort irgendwie in den normalen Rhythmus hineinzubrechen, braucht es einfach nochmal mehr. Ja, oder eben halt Bekanntheit oder irgendwie mal eine gute Nummer, die im Fernsehen oder im Radio gekommen ist oder irgendetwas. Also ich glaube, Renato Kaiser fühlt jetzt auch in Basel sicher gut. Ja, das nehme ich an. Auf jeden Fall. Also ich schaue mal, wir haben sicher noch einen Basler Termin, wir haben sicher noch andere Termine. Aber hier in Zürich machst du auch etwas? Nein, nicht selber. Nicht selber, ja. Das wäre meine stets Beleidigung. Wir haben in Zürich so viele gute Shows, die... Sprechen die sich miteinander ab? Also was ist das so wie... Ich finde, ich finde, also ich merke wie... Darum könnte ich dir jetzt auch 37 Daten geben. Mit mir, mit den verschiedenen Comedy Clubs in der Schweiz, arbeiten mittlerweile recht nah zusammen. Zum einerseits sich absprechen mit Daten, andererseits auch... Manchmal hast du das Glück, kannst du sagen, diesen Deutschen kann ich jetzt buchen. Und der kommt am besten gerade für drei Termine. Und dann spielt er an einem Tag in Basel, an einem Tag in Baden, dann in Luzern. So. Dass du halt wirklich ein bisschen... Kannst du auch von Zeugs verbinden und Synergien nutzen. Und wenn es... Aber da wären wir jetzt auch ein bisschen missmutig eingestellt, wenn jetzt irgendwie kein Supermarkt oder so findet. Wir haben jetzt auch noch eine Comedy Bühne und machen es einfach, ohne sich abzusprechen. Wäre das denn so... Nein, ich finde, wenn jetzt der Supermarkt sagt, wir machen auch etwas grossartig. Umso besser. Ich persönlich finde einfach, ich will nichts in Zürich machen, weil es gibt schon genug tolle Sachen. Und... Eben, ich würde... Also... Einerseits, die Erfolgschancen wären wahrscheinlich eher klein. Und andererseits... würde ich niemandem ans Bein pissen. So. Aber ich finde nicht per se, dass man es nicht machen soll. Im Gegenteil. Ich finde es toll, wenn die Leute sagen, wir wollen auch eine Show machen. Aber eben, nochmal eine Mixed Show in Zürich würde wirklich keinen Sinn machen. Sonst hätte es Sinn gemacht, einen Open Mic zu kreieren. Es hätte Sinn gemacht, zum Beispiel was jetzt eben... Eben, die Open Mic sind ja vor allem in, oder? Ich glaube... Ich habe schon das Gefühl, die Leute sind im Moment so auf dem drauf, dass die eh kommen würden, auch wenn es jetzt noch ein, zwei Meso-Locations gäbe. Aber... Das sicher. Aber das ist für mich nochmal ein anderer Bereich, weil das ist ja... ohne Eintritt. Und für eine Mixed Show würdest du dann schon schauen, dass die Künstler anständig gezahlt werden. Weil Open Mic-Geschäfte, ich probiere Sachen aus. Und in Zürich hast du Stand Up im Bernhard Theater. Und dann hast du tolle Shows im Comedy-Haus. Und dort habe ich das Gefühl, sind wir dann auch schon an einem Punkt, wo man sagt, da muss man jetzt nicht noch irgendetwas ums Frecken aufziehen. Sprich, du hast ja auch noch das, wo Zucki-Hund, also das Comic-Karzen-Label macht. Zucki-Hund, Pony M. Ja, dort mache ich jetzt mit im Herbst. Fabian Unterrecker. Ganz lustig im Krematorium Seilfeld. Genau. Die machen immer so thematische Shows. Und das ist auch geil. Wenn du noch etwas Spezielles herkriegst, dann macht es absolut Sinn. Und sie waren auch die Ersten, die überhaupt Mixed Shows gemacht haben. Mit eben Comedy in der Zukunft. Und mehr müsste man jetzt da nicht unbedingt machen. Aber warum hast du denn nicht mehr so Bock auf Mixed Shows? Also Comedy, Mixed Shows? Ja, ich finde einfach, es ist auch nicht unbedingt Comedy, was ich mache. Und ich mag das, ja die Leute an sich, mag ich die meisten eigentlich. Aber ich finde es ab und zu auch schwierig. Es gibt dann doch so Charaktere, die dann, wie auch Privat müssen, wahnsinnig lustig sein. Oder wenn man so am Tisch hockt und irgendwie die Nacht isst voran oder so. Dann, ja, halt irgendwie müssen beweisen, dass sie die Lustigsten sind. Und das ist mir ab und zu auch ein bisschen auf die Nerven gegangen, ehrlich gesagt. Ja. Und sonst, nein, es waren eigentlich immer schöne Erbungen. Aber ich musste dann wirklich Lust darauf haben. Ja, ja. Und sonst macht es für mich keinen Sinn. Also wenn es für mich ein Müsse ist, oder ein Gefallen, ja, ich mache jetzt wieder mal in einer Comedy Show mit. Also irgendwie passt das für mich einfach nicht. Mhm. Ich finde eben, gerade bei Mixed Shows finde ich eben die effektive Mischung so schön. Da hast du so einen Hau drauf Stand-Upper und dann hast du aber auch Slam Poetry. Dann hast du irgendeinen Wortspiel, Kabarettist und so weiter. Ja, ich habe überhaupt nichts auch gegen irgendwie die Formate oder so. Es ist einfach, manchmal passt es für mich irgendwie einfach nicht. Ja, ja. Aber das hat glaube ich auch damit zu tun, dass ich dann mir sehr, sehr sorgfältig auslese, wo und wie ich auftrete, weil ich das einfach nicht so fest brauche. Mhm. Ja, du machst ja auch mega viel sonstiges noch. Ja, es ist einfach auch immer verdammt viel los. Mhm. Und es ist wirklich einmal sehr streng. Und dann denke ich, warum muss ich jetzt noch irgendwie dort hinkarren, um mich zu überwinden, wenn ich es nicht unbedingt brauche. Ja. Aber ich glaube, das wird jetzt auch wieder ein bisschen besser. Wobei, das sage ich eigentlich abständig. Aber das Filmprojekt, also das aktuelle Filmprojekt ist mehr oder weniger abgedreht. Es wird jetzt geschnitten und bis im Herbst, Winter... Das ist Advent. Ist das Advent? Oder? Habe ich etwas unter der Nase? Ah, okay. Ich hätte mich bissen, Entschuldigung. Ah, ist gut. Ich würde es dir sagen. Ist mir das ein Zeichen? So, hey. Nein, ist das Advent Advent? Sind wir jetzt hier geblieben? Ich habe vor dem Film erzählt. Genau, irgendwie. Ja, also wir haben so einen alternativen Datort mit Patrick Frey. Mhm. Wo heisst, wer hat die Konfitüre geklaut? Ah, das ist nicht das. Okay. Wieso, was hast du gefragt? Advent Advent. Ah, nein, das ist... Dort habe ich einfach geschauspielert. Dort hast du mich gespielt. Ah, und das andere ist effektiver Film, den du gemacht hast? Ja, genau. Also wir sind Kollektiv, Bild mit Ton. Also das ist dann vor allem Desiree und ich, mein Ex-Freund. Wir sind immer noch kreative Partner und stemmen die Projekte so ein wenig. Und dann haben wir in einer kleinen Crew, einfach irgendwie so ein wenig guerillamässig. Das dreht jetzt ein Jahr lang. Eigentlich haben wir ja wieder nur zwei Wochen drehen und dann so schwupps. Ein Jahr ist rum. Und ja, aber der kommt, glaube ich, richtig gut. Also ich habe sehr Freude, auch wenn es wieder viele Nervenzusammenbrüche gegeben hat. Ja, das Ding ist eben, dass wir dann nicht so ein richtiges Drehbuch haben, sondern wir schreiben dann das, was wir dann gerade drehen. Also wir haben schon grundsätzlich so ein Konstrukt und einen Plan von einem Film. Und dann drehen wir. Und dann merken wir, irgendwie haben wir jetzt eigentlich etwas anderes gedreht. Jetzt müssen wir das vielleicht umschreiben. Und komm, jetzt bauen wir das neu an Corona und überhaupt. Also das Drehbuch verändert sich permanent. Und das ist aber auch ein Problem, dass wir dann halt, weil wir so arbeiten wollen, das ist sehr schwierig, um dann Förderung zu bekommen. Angemessen. Ich meine, es wird wieder einen Kinofilm geben, wo mindestens 90 Minuten dauert. Und wir haben 5000 Franken vom Kanton Thurgau bekommen. Also weisst du, das ist eigentlich so nichts. Jesus. Und dann bin ich halt so viel... Also da bin ich jetzt irgendwie... Ich habe mal irgendwie Regie gemacht am Anfang. Und jetzt bin ich aber mehr in der Produktion gelandet. Und es ist einfach so ein... Ja, einmal auch einfach sehr peinisch, aber auch geil. Aber es ist jetzt sicher das letzte Projekt, das wir so gemacht haben. Weil... Längerfristig kann ich nicht ein Jahr opfern, für das ich kein Geld verdiene. Ja, und vor allem andere Leute noch. Also wie kriegst du denn zum Beispiel einen Patrick Frey dazu, dass er dann sagt, statt zwei Wochen ein Jahr ist für mich okay. Ja, aber der Patrick Frey ist einfach ein mega geiles Sieg. Und der checkt einfach, was wir da machen. Und das geht so ein bisschen über das normale Spielfilm produzieren, also das ist dann irgendwo fast die Performance, die wir da machen. Also es ist... Ja, und da brauchst du dann halt Gleichgesinnte. Und dann funktioniert das hervorragend. Aber eben mein Kollege wird jetzt auch Vater. Und wir können so einfach nicht mehr weitermachen. Und ich will auch so nicht mehr weitermachen. Aber dafür hast du alle Freiheiten. Du musst auf niemanden hören. Du kannst das machen, wie du dir das vorstellst. Und das ist schon auch toll. Aber... Mit 5'000 Franken. Ja, ist halt schwierig. Und dann eben bist du halt irgendwie die ganze Zeit immer wieder am drehen und am drehen vorbereiten. Also das ist vor allem das Intensive gewesen letztes Jahr für mich. Und dann hast du keine Zeit zum Schreiben. Du hast nicht so viel Zeit zum Auftreten. Du hast... Ja, du bist ja die ganze Zeit besetzt und weisst gar nicht... Also du kommst so langsam am Führerschein. Es ist recht surreal. Ja. Ist das das gewesen, was du auch Crowdfunding gemacht hast? Äh... Ja, haben wir auch gemacht, genau. Ja. Ja. Also der letzte Film ist ja das Höllentor von Zürich, wo wir so ähnlich produziert haben. Einfach noch kleiner. Einfach in meinem Badezimmer. Nur er und ich. Und das ist im Endeffekt auch ganz gut rausgekommen mit der Nomination für Schweizer und Zürcher Filmpreise. Und es ist eigentlich ein guter Schritt gewesen. Und ich glaube, das wird jetzt auch noch mal eine Führerschein. Ja. Aber eben. Vielleicht ist es dann auch ein Leistungsausweis, der einem dann hilft einfacher an Förderung zu kommen, sodass man dann irgendwann mal so ein bisschen richtig produzieren kann oder whatever. Ich würde es dir extrem wünschen. Ja. Wirklich. Ja, eigentlich ist es ja auch nicht schlimm. Also ich will, glaube ich, einfach ein bisschen entschädigt werden. Ein ganzes Bier ein bisschen. Und sonst finde ich es ja eigentlich geil, so zu schaffen. Ja. Aber es muss... Ja. Ich kann einfach nicht noch drauflegen. Gibt es irgendwie am Schluss so eine, frag mich nicht, On-Demand-Lösung, wo du sagst, halt für, frag mich nicht, 5 Franken, kann man den Film dann einfach online schauen. Und nur online. Hey, wir sind eben dort so ein bisschen Punk-Sau empfindet. Oder würdest du sagen... Nein, das muss einfach frei zugänglich sein. Ja. Also es muss einfach... Der Film ist da. Schauen dann. Machen wir kein Theater. Wir wissen auch, das Höllentorf und Zürich ist auch auf YouTube. Das kann man einfach schauen. Es ist da, um geschaut zu werden. Weil warum sollte ich sonst die ganze Arbeit machen? Aber ja, es wäre natürlich eine Möglichkeit, um ein bisschen Geld noch überzukommen. Ja. Aber irgendwie... Die Diskussion habe ich schon, weißt du, mit meinem Solo-Programm. Wo ich bis jetzt, zwei davon habe ich gratis auf YouTube geknallt. Mhm. Und dann hast du aber auch Leute, die dann so sagen... Doch, eigentlich ist das schon schlau, nicht? Eben, ich finde auch... Also schlau, weiss ich nicht. Ja, aber was willst du denn? Ich meine... Ich finde es geil, so. Und dann gibt es Menschen, die sagen, nein... Ist es geschaut worden? Deine Kunst, deine Kunst ist sonst nicht wert. Bullshit. Du spielst das ja als Material, das du eh nicht spielst. Genau. Und es ist eine Dienstleistung. Plus, im besten Fall, können sich die Leute so an. Ich schaue jetzt mal dem sein Programm und dann entscheide ich. Und wenn es einem gefällt, dann schaue man, geht man ins Neue schauen. Also du machst ja auch Werbung, oder? Besser, hätte ich es nicht sagen können. Ja, wirklich. Dass die Leute da einmal so ein wenig knausrig sind. Gut, ich schaue, ich habe jetzt auch lange geschaut, dass nichts mehr auf YouTube ist von mir als Lernpoetin. Wenn man mich eingibt, dann findet man nur so ultra alte Sachen. Aber es ist auch, weil ich dann zeitweise nicht so einen riesen Output habe. Und wenn halt dieses neue Zeug drin landet, ist es einfach mega blöd. Ich habe jetzt alte Sachen wieder aufgeladen, weil ich genug neue Sachen habe. Wo ich so finde, wenn sich jemand wirklich mit mir beschäftigt, dann kann man auch eine Entwicklung sehen. Ja, ja, ja. Weisst du, das finde ich noch wichtig. Ich finde es blöd, wenn das letzte wirklich auf drei Jahre her ist. Ja, bei mir das letzte, glaube ich, etwa zehn Jahre her oder so. Wirklich. So eine Durgauer-Frisur. Gut, jetzt ist es auch... Was ist eine Durgauer-Frisur? Tragisch. Ja, so ein frechen Kurzhaarschnitt, welcher um alle Richtungen geht. Und man dann selber noch so ein wenig ausbessert und irgendwie... Aber du hast dir noch so Strähnchen drin gehabt? Ähm, nein, ich glaube... Ja, ich habe alles gehabt. Also ich habe wirklich alles schon auf meinen Haaren gehabt. Das ist jetzt auch... Ich habe aber gar nicht gewusst, dass das ja mit Bild ist. So Schettif. Ich habe einen Hut angelegt, einen schönen Sonnenhut. Oder so. Weil ich habe eigentlich irgendwie gerade meine Wohnung gerümpelt und so eine rote Döschen gefunden. Und ich so... Ja, kannst du mir das mal in die Haare, oder? Wenn ich das da schon finde. Und jetzt sieht es einfach ultra bescheuert aus. Finde ich wieder einmal. Nein, finde ich nicht. Aber das ist schlimm. Und das Rote passt auch zum Rote vom Shirt. Super. Verheben es. Also weisst du, wenn du jetzt nichts gesagt hättest, dann hat niemand so nur ansatzweise etwas zu bearstanden gehabt. Okay. Also was ich immer gerne gefunden habe, ist, wenn du so ein Filmprojekt hast, jetzt bei diesen Sachen, bei diesen Spielfilmen weniger, wo du dann noch die effektive Sendung gemacht hast, Bild mit Ton. Mhm. Da habe ich so gefühlt, jeden zweiten Tag, ist auf Facebook irgendein Post von dir gewesen, wegen Hallo. Wir suchen... Ein Leopard, welches eigentlich ein Pony ist. Und... Wir suchen einen ausgestopften Teddybären, Größe drei Meter. Genau. Und so weiter und so fort. Das habe ich so geil gefunden. Und ich wusste, oh, das wird wieder eine gute Folge. Das hat da so ein bisschen angefangen. Und da hat sich aber mein Facebook Profil auch einfach zu so einem ultimativen geilen Marktplatz entwickelt. Also ich kann jetzt noch die abstrusischsten Sachen suchen, aber auch so einfach nur ein normales Sofa für mich privat oder so, oder für die Band rum. Und es meldet sich irgendwie 100 Leute oder so, wo... Also es hat sich wie so etwas etabliert, dass man mir dann auch gerne hilft auf Facebook. Oder es ist verdammt herzig. Also es ist wirklich so toll. Da eigentlich ist das Medium ja extrem... Also so ein bisschen tot, oder? Wobei jetzt durch Corona habe ich das Gefühl, hat man wieder seinen verstaubten Account ein bisschen aufleben lassen und ist wieder mal ein bisschen Leute gestalken und hat das noch mal so ein bisschen zelebriert. Aber für mich ist es jetzt einfach wirklich, wenn ich etwas brauche, dann schreibe ich das dort aus und ich finde es. Ja. Das ist schon noch cool. Was ist das Absurdeste, wo du das Gefühl hast, wenn ich das jetzt schreibe, das wird nie im Leben klappen, aber ich mache es trotzdem? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, irgendwas war mal mit einem Leopard auf allen Fällen. Ich weiss jetzt aber nicht mehr im Detail. Und letztens habe ich ein Windspiel gesucht für einen Kollegen, was irgendwie auch komisch ist. Also so ein sehr spezifisches Windspiel. Ich weiss auch nicht mehr. Aber man kann mir auch schreiben, wenn man etwas Exotisches sucht, kann ich das auch mal für andere Leute posten. und das ist auch die jenste Leistung. Das kostet einfach 100 Franken. Ja, wie war es mit, ich suche ein altes Zähnernötchen. Das kostet 100 Franken. Ja, können wir mal probieren, ja. Also sie sind dann auch nicht um dumme Antworten verlegen. Manchmal muss man es dann auch ein bisschen bremsen. Ja. Aber hast du eine Sendung Bild mit Ton? Ist die noch online? Das ist auch alles online, ja. Da kann man auf YouTube alles schauen, auf Imo alles schauen. Wir haben auch eine lustige Website, bildmitton.tv. So im 90er-Jahr-Stil das Geo-Graphic-Zeug. Ja, ja, ja. Und es ist ein wenig chaotisch. Es kommt einem zuerst ein wenig buffig vor. Aber dort ist wirklich auch alles drauf. Und man kann sich dort durchschauen. Und dort ist auch der Film drauf. Und die Filme, die wir jetzt machen, sind auch immer noch unter dem Kollektiv. Es ist auch immer noch Bild mit Ton. Ja. Ich fände es auch cool, eigentlich wieder so ein wenig ein Format zu machen. Wir sind im Moment auch so ein wenig am überlegen, wo könnte man das machen. Jetzt mal, ich bin ja auch so ein wenig, mit dem Schweizer Fernsehen, ist es ja manchmal ein wenig schwierig. Und darum bin ich jetzt auch mal noch bei Teleclub gehen, anklopfen, weil Gülsch hat ja zum Beispiel dort auch eine Sendung gehabt. Aber es ist glaube ich auch für die Privaten gerade sehr schwierig, ja mal schauen, was sich so ergibt. Also... Ja, weil auch so etwas, wenn du nur aufs Web haust, for free, kannst du ja nicht finanzieren. Ja, wir haben jetzt so ein Patreon. In der Schweiz ist das, es ist wie, we make it, aber so längerfristig, wo man wie sagt, unterstützt das Projekt oder den Künstler mit 5 Franken, wo es automatisch überweist von meinem Konto. oder also von 5 bis zu 100 Franken oder noch mehr kann man das eigentlich machen. Und... Es ist aber, wie ich glaube, noch nicht so in der Schweiz angekommen. Oder hast du das Gefühl, in den USA funktioniert das extrem gut? Nein, also ich höre es viel... Ich höre es viel von Amis, wenn ich Podcasts von denen höre und so. Also jeder hat logischerweise einen Account. Und... Und es funktioniert auch recht gut. Und in Deutschland probieren sie es jetzt auch ein bisschen. Aber... Aber dort ist zum Beispiel auch jetzt ein Bekanntheitsproblem. Das... Ich sage jetzt mal, die, die ich bis jetzt gesehen habe, und ich will niemandem ums nachtreten, aber das sind bis jetzt alle die gesehen, die ich denke, ja, also wenn du noch kein Ticket verkauft hast, jemals in deinem Leben, dann wird wahrscheinlich... die Account unterstützen. Also... Aber... Probier es auf jeden Fall. Voll. Also wir bekommen, ich glaube, doch so monatlich 300 Franken irgendwie auf das Übersicht, zwei, drei Jahre. Ja. Und wir haben einfach wirklich so eine herzige, nerdige Fanbase. Mhm. Es sind nicht viele, aber sie haben uns wirklich gerne. Und... Das ist wirklich cool natürlich. Ja. Mega gerne. Aber eben... Also es reicht ja dann gleich nirgendwo hin, aber es ist halt so ein Zustupf von... Wie halt... Ja, eine Zeit lang haben wir so ganz kurze, kleine Formate gemacht, wo dann das wie auch so ein bisschen rechtfertigt. Oder der Bahnraum ist zum Teil finanziert. Zum Beispiel. Genau. Oder wenn ich jetzt viel rauchen würde, dann wäre meine Ziggis... Ziggipäckchen im Monat finanziert, wie man das halt sich so überlegt. Tee. Tee. Rotwein. Ja. So Sachen. Machst du noch... Musik machst du auch noch? Ja. Also es hat eigentlich auch schon seit einem Jahr oder eineinhalb ein Album rauskommen mit der Band Stephanie Stauffacher. Und irgendwie bin ich dann nicht zufrieden gewesen. Und wir haben es zwar schon irgendwie zweimal mastern lassen. Und ich bin einfach so... Hey, nein. Irgendwie... Ich glaube, wir müssen nochmal dran sitzen. Und jetzt sind wir das nochmal am überarbeiten. Und es sollte jetzt aber im Herbst dann wirklich rauskommen. Also es ist so... Synthpop, Goth, Wave, Techno. Irgendwie mit Lyrics. Also mein Kollege, der Lukas Marti, hat so analoge Synthesizer und Drummachines. So zum Teil sehr altes Zeug, zum Teil neues. Und dann macht er... Orchestriert er das Ganze. Und da kommen dann so heftige Beats raus dabei. Und ich schreibe dann Texte dazu. Deutsch, Schweizerdeutsch, Französisch. 40 Grad X. Irgendetwas. Und performe dann das. Ja. Zwischen Spoken Word und Gesang. Irgendwo bewegen wir uns da. Man hätte dann an der Bad Bonn-Kilbe spielen können. Wirklich? Ja. Und es ist jetzt natürlich schon ein bisschen schade. Es hätte das nicht stattfinden können. Aber jetzt sieht es so aus, als dürften wir dann nächstes Jahr spielen. Ich wollte gerade sagen, also Sachen, die definitiv dieses Jahr abgesagt sind, haben meistens ja versucht, das Line-Up etc. überzunehmen. Ja, macht schon Sinn. Ja. Finde ich auch. Nein, aber das ist natürlich das höchste Gefühl. Als Schweizer Musiker möchtest du einfach dort mal spielen. Und es ist sehr cool, dass man das darf. Ja. Ja. Ich finde es wirklich krass, wenn ich... Wahrscheinlich hättest du jetzt noch 17 Sachen nicht erwähnt, die du auch noch machst. Ja. Aber ich finde es wahnsinnig, was du alles für verschiedene Projekte und... Ja, und manchmal ist dann halt auch wirklich so der Kopf... Also im Moment wieder merke ich, jetzt ist alles wieder angelaufen. Jetzt habe ich mich eben schön konzentrieren auf das Schreiben. Und jetzt läuft alles wieder an und ich bin so gar nicht ready. Und ich schlafe auch extrem schlecht. Es explodiert mein Kopf fast. Weil wieder jetzt einfach an alles muss denken und alles muss wieder anrollen. Und so viel Organisation und E-Mails und Zeugs für die verschiedenen Baustellen, die ich am Bewirtschaften bin. Also manchmal ist es wirklich fast wahnsinnig so. Eben, das kannst du ja gar nicht ordnen. Kannst du nicht sagen, ich mache jetzt 2 Stunden das, dann mache ich 3 Stunden das. Ja. Nicht wirklich. Aber es hat natürlich auch seine Vorteile. Du hast wirklich jeden Tag einen komplett anderen Alltag. Also du, ich kann jetzt auch nicht so meine Woche ein bisschen planen. Aber meistens kommt es dann völlig anders raus. Und da ist es extrem abwechslungsreich und auch ein sehr lässiges, spannendes Leben. Also ich habe sehr Freude so, dass ich das auch so machen darf. Und dass das möglich ist in einer verdammt teuren Stadt wie Zürich. Dass man sich da so ein bisschen durchmischeln kann. Und da ein bisschen dort und da ein bisschen das. Und das ist wirklich sehr aufregend. Also ich habe schon auch sehr viel Spass und Freude. Und ich muss, glaube ich, auch so viel machen, damit es mir gut geht. Aber es darf jetzt einfach, glaube ich, auf keinen Fall noch mehr geben. Und darum bin ich dann auch. Viele Leute fragen mich dann, hey, willst du nicht auch mal da noch auftreten? Oder kannst du dir nicht vorstellen, da? Also weisst du, viele Leute kommen mit Ideen an mich hin. Und ich muss einfach immer sagen, hey nein, ich kann nicht. Und die sehen mich halt dann auch mal so ein bisschen in der Stadt rumwusseln. Oder vor allem vom Ausgang kennen sie mich vielleicht. Und checken gar nicht so, dass ich wirklich eigentlich doch noch eine recht beschäftigte Person bin. Auch wenn man nicht so drinnen sieht, dass ich halt meine 5 Stunden am Kompi einfach am Schreiben bin. Und ich glaube, das checken viele Leute dann gar nicht so. Ja, es gibt ja zum Teil dann auch so, es ist auch wieder Kernthema, aber es gibt ja zum Teil dann auch so ein bisschen Anspruchshaltung von Menschen. Wo sie so finden, wenn du schon das und das machst, dann kannst du doch jetzt auch noch das und das machen. Genau, du kannst das ja eh. Für dich ist das ja dann kein Problem. Ja, und dann fühlen sie sich so ein bisschen vor den Kopf gestossen, wenn man das dann nicht macht. Ja, das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Das nervt mich dann aber auch sehr, wenn die Leute dann manchmal so einfältig finden, ja, du kannst ja jetzt das noch irgendwie schnell moderieren. Also, du kannst ja das. Für nichts. Für 100 Franken. Genau. Oder so. Ja, gerade ja. Und was machst du denn, wenn du mal bewusst kein... Kannst du das überhaupt, bewusst irgendwie an nichts schaffen oder kein Projekt? Doch voll. Ich gehe mich verdammt gerne abschiessen. Wirklich. Ich finde das absolut das entspannendste. An einem Konzert, im Club oder irgendwie mit Freunden und einfach etwas trinken. Ein bisschen rauchen. Something. Und irgendwie sich ein bisschen einen Abend einbegeben. Und ja, also oft auch mit und zu Musik. Das finde ich extrem entspannend. Also, das mache ich sehr. Und das brauche ich auch. Also, ich brauche das sicher so einmal in der Woche. Ja. Ja. Und sonst, ja, ein bisschen Sport machen. Aber nicht gerade direkt nach dem Absturz? Nein. Also, man kann sich... Doch. Also, es geht schon. Aber es ist irgendwie nicht so geil. Nein. Ja. Baden. Ich gehe gerne. Also, in meiner Badwanne. Und ich habe zwar auch mal ein bisschen angefangen zu schwimmen. Also, ich bin dreimal gegangen. Und es ist wirklich noch geil für den Rücken. Aber die vielen Leute in Zürich ist ja eine Katastrophe. Ich glaube, das ist überall so. Weil du schwimmst dann doch ja zu schlecht für die Profibahnen nebendan. Und dann musst du so bei den Rentnerinnen. Und dann ist es einfach... Das Float irgendwie nicht. Das Float nicht. Ja. Und sonst halt mit meinem Freund irgendwie Zeit verbringen. Und auch eben das Musikmachen ist für mich auch eine Art von Abschalten. Also, das Musik-Band-Projekt, das ist für mich auch irgendwie eine Entspannung. Solange es nicht darum geht, das Album dann effektiv auszudringen. Ja, oder auch das. Also, das ist so ein bisschen nervenaufreibend. Aber eigentlich sind wir ja nicht immer dran, das Album aufnehmen. Sondern eigentlich sind wir einfach an Musik machen. Und haben eine schöne Zeit miteinander. Und wir haben jetzt gerade einen neuen Band-Raum, wo ganz viele andere Parteien auch dabei sind. Wir haben uns im Band-Raum selber gebaut, in diesem Keller. Und es sind einfach so viele verschiedene Leute, wo man sich jetzt auch austauschen kann. Oder so, hey, komm mal schnell rüber. Hör mal das an, das habe ich gerade gemacht. Da könntest du ja auch noch etwas dazu machen. Und es ist irgendwie... Das ist einfach so ein Lass. Also, es bewegt sich dann halt zwischen Freizeit, Freundschaft, Abhängen, etwas Kreatives machen und irgendwie wirklich rocken. Also, das ist schon... Und sich abschiessen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Aber das ist... Ich mache das auch gerne. Aber mein Problem ist, dass ich dann oft irgendwie schon an die Folgen denke. Und irgendwie so finde, du hast zwar nicht so viele Auftritte. Bewusst. Dass ich dann eben so denke, ah shit, aber ich habe morgen einen Auftritt. Ja, dann kannst du das natürlich nicht so machen, ja. Also, da habe ich dann auch ein paar Mal gemacht. Und irgendwie ist dann wirklich so, hey, das kannst du einfach nicht mehr bringen. Also, das gebe ich mir natürlich auch nur, wenn ich wirklich safe bin am nächsten Tag. Kannst du das wirklich so planen? Kannst du das so planen? Und sagst, hey, ich habe dann sicher nicht am nächsten Tag. Ja, nein. Also, man läuft immer wieder rein. Natürlich. Aber man läuft nicht mehr so fest rein, wäre schon. Keine Ahnung, dann bleibst du halt irgendwie bis um zwei oder um drei. Und dann... Ich meine, den Auftritt hast du ja am Abend. Mhm. Ja, aber meistens, weil du den Auftritt am Abend hast, hast du dann noch ein paar andere Sachen am Tag. Das ist so... Ja, nein. Ich nicht. Also, was hast du denn? Also, Freitag, Samstag, Auftritt zum Beispiel. Und wenn jetzt am Freitag nach deinem Auftritt irgendwie noch etwas trinkst und dann wird es drei. Also, hast du dann am Samstag, am nächsten Tag auch Termine? Nein, am Samstag nicht. Aber lustig, weil ich gar nicht so oft Freitag, Samstag, Auftritt. Und wenn, dann sind es eher grössere Geschichten, wo ich irgendwie noch in der Planung dabei bin. Und dann musst du halt eben schon um 12 Uhr dort sein. Und schauen, dass das Hall richtig ist und so. Und sonst ist es eher, dass ich unter der Woche spiele. Und dann hast du unter der Woche halt irgendwie noch irgendeinen Termin. Ja, ja. Okay. Okay. Aber wie viele Mal spielst du? Hast du vorher gespielt? In der Woche? Es ist mega schwer in der Woche zu sagen. Plus minus 100, 120 im Jahr. Und der Sommer gar nicht. Das heisst, wenn es dann anberechnet ist, kommst du auf jeden zweiten Tag. Ja, das ist schon viel. Und wie du auch weisst, es ist Herbst, Hochsaison und Freilich ist im Normalfall mega viel. Und dann kann es schon sein, dass es fünf, sechs in der Woche sind. Ja. Und du denkst nicht manchmal, hey, shoot me. Bei den Zwischensachen, wenn ich zum Beispiel von einem Ort auf den nächsten fahre, dann denke ich, shoot me. Aber wenn ich effektiv am Auftreten bin, eigentlich nie. Ja, selbst wenn es mega scheisse läuft. Also. Gibt es das denn wirklich, dass es mega scheisse läuft bei dir? Ja, das gibt es schon. Bei mir sind es dann mehr so die privaten Auftritte. Gerade wenn ich sage. Es ist wie so ein Failbooking. Genau. Also mit dem Kilian. Der Veranstalter hat irgendwie dich da gesehen, einen lustigen Text zu machen und oh, das ist jetzt genau das Richtige für meine GV oder für den Geburtstag meiner Schwester. Genau. Und mit dem Kilian haben wir es genau von dem gehabt. Und dann merkt man, das ist so, ähm, ja, gar nicht so mal eine gute Idee gewesen. Nein. Und mit dem Kilian haben wir es genau von dem gehabt, das sind eigentlich die wirklich schlimmen Auftritte, die noch passieren können. Du merkst es ja gerade. Also eigentlich kommst du dort an und siehst den Leuten und du weisst es schon. Oder? Und das Schlimmste sind ja Hochzeiten. Also das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Ja. Weil du trittst in so einem Geburtstag-Fest, da gehen irgendwie gut. Aber Hochzeiten, das ist so ein intimes, privates Ding. Ja. Und du hast dann ja den Onkel und Tante und Grosseltern und irgendwie den Kuckusen. Und das sind zum Teil, jeder hat ja so mega weirdos in seiner Familie. Und die kommen dann alle zusammen. Und das sind so ganz andere Leute, wie man selber ist. Auch wenn sich das Brutpaar das mega fest gewünscht hat, dass du kommst. Aber nachher mache ich da einen Text, der deine Mutter heisst. Und alle sind so. Was? Mach die Frau da. Ich habe wirklich nur in privaten Hochzeiten gemacht. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Also Leute, die du gekannt hast. Genau. Und nicht so Leute, die du nicht gekannt hast. Okay. Also bei so Sachen ist es dann auch oft. Eben, das ist mir dann schon zu intim. Eben. Auch Geburtstage von Fremden. Du drängst dann ja so richtig ein und penetrierst das schöne fest. Ja. Mhm. Dann kommst du irgendwie so. Eben. Also Überraschung oder so. Ja. Mhm. Und irgendwie auch Geburtstage. Wow, ich habe mal einen gehabt. Aber eigentlich ist man ja immer der Überraschungsgast nicht. Bei so privaten Sachen. Gut, bei privaten Sachen ja. Aber wirklich privat habe ich mega wenig gemacht. Meistens so Firmen. Und dort finde ich es ganz schlimm, wenn es nicht angehündet ist. Ja, das ist auch schwierig. Weil dort kommst du ja eigentlich der Kohle rüber, oder? Dort bist du ja meistens recht gut gezahlt. Genau. Und wenn es dann halt nicht so funzt, dann fühlt man sich schon ein bisschen scheisse nachher. Ja. Und es hilft dann auch nicht, wenn sie einem noch erzählen, wie irgendwie ein Jahr davor. Ist der Marco Rima da gewesen. Leck, ist das geil gewesen. Ja. Genau. Ich habe mal, als ich noch so Events moderiert habe, habe ich mal für ein Guckenkonzert moderiert. Ja. Und... Das Geschicht fängt schon gut an. Und dann hat es geheissen... Ähm... Es ist eh völlig absurd gewesen. Weil schon im Mail hat es geheissen, bring dann noch deine Autogrammkarte mit. Die werden weggehen wie eine warme Weckli. Und du so... Okay. Ich glaube nicht. Aber... Und dann... Wie viel hast du noch? Und dann so... Ja... 50. Das reicht niemals. Du musst 300 nachbestellen. So... Okay. So. Und dann kommst du da und es ist alles komplett übertrieben. Weil es ist wirklich einfach so... Auf... Auf Star gemacht. Aber... Man ist alles andere als ein Star. Das heisst du hast einen Security Dude. Ich hatte einen eigenen Security Dude. Was? So... Das ist eine mega geile Sicht. Der hat irgendwie früher noch DJ Tatana, wo es bei der so abgegangen ist. Und so. Hat er immer von einem Gig zum nächsten und bla bla bla. Und... Und dann ist der immer so... Ich hatte so einen Container gehabt. Wo quasi mein Container gewesen ist. Mhm. Und dann ist der davor gestanden. Und ich so... Ah, dann willst du nicht reinkommen? Irgendwie... Ja, das ist aber noch herzlich. Ja, weisst du... Vor allem ist es kalt gewesen. Ich so... Du bist warm. Ich habe Kaffee und so. Nein, ich darf nicht. Ich muss schauen. Ich so... Es wird ohne Scheiss. Kein Schwein. Ich werde nicht ermordet. Jemals. Dahinter laufen. Und das Gefühl habe, die Person muss jetzt in mein Container. Und vor allem wenn. Dann bist du ja drin. Nein. Nein, ich darf nicht. Ich darf nicht vom Chef aus. Und so. Und dann ist es losgegangen. Dann hat es zuerst Treffen gegeben für die Helfer von diesem Guckenkonzert. Wo ich an meinem Sahne stehe. Und dann sagt der Typ, so und jetzt darfst du exklusiv bevor die anderen dürfen dir ein Autogramm von Joel holen. Und du bist dann wirklich so da so... Bevor wir überhaupt... Also die haben dich vielleicht zum Teil auch gar nicht gekannt. 100%ig nicht. Und sie sind einfach aufgefordert worden von dir ein Autogramm zu holen. Und dann ist so mega der Peinomoment. Das ist schon ein wenig komisch. Ja. Weil sie müssen quasi eins holen. Mhm. Aber du merkst, die wollen zum Teil gar nicht. Und dann bist du so... Ja. Okay, ja. Und danach bist du essen in dem und dem Hotel, wo es geheißen hat. Und da machen wir jetzt noch Fotos mit dem Hoteldirektor ein Paar. Mhm. Uiuiui. Und die machen sonst... Das ist sicher nicht die versteckte Kamera gewesen. Oder so. Nein, es ist leider nicht. Und die machen dann Fotos sonst mit irgendwie damals Hans-Rudolf Merz und so. Weisst du? Mhm. Und dann heisst es, ja, ja, du wirst dann auch an die Wand gehängt. Es ist alles so völlig übertrieben gewesen. Und dann ist wirklich der absolute Killer, dass sie auch davor, dass Sven Epineh das moderiert hat. Ah, okay. Und darum ist wahrscheinlich das alles so aufgebaut gewesen. Weil wenn Sven Epineh irgendwo auf dem Land ein Guggenkonzert moderiert, dann ist das wahrscheinlich wirklich happening. Weil alle kennen den. Ja. Und dann nachher gesagt, das ist so geil gewesen. Letztes Jahr der Sven, der hat ja nachher noch, hat er einfach noch zwei Stunden am Bierhahn. Hat auch Bier rausgeschenkt. So eine kleine Aufforderung an dich, das musst du mindestens auch machen. Und dann sagt er so, also das musst du nicht, gell. Aber es ist so toll. Ja, das ist ja schon cool. Ja. Und dann machst du auch das noch. Wirklich kann man es wieder größte Trottelgefühl. Oh wow, du hast es wirklich auch noch gemacht. Ja, natürlich. Aber das ist jetzt, was ist das jetzt? Ich glaube acht oder neun Jahre her. Und ich habe das irgendwie kurz beim SRF moderiert. Und das wäre so plus minus gewesen. Und das ist so aufgebaust worden. Ja, aber es ist irgendwie auch noch herzig so. Also hast du dich dann auch ein bisschen unter den Zapfhahn gehängt ab und zu. Ja, natürlich. Irgendwann wird das ja dann auch lustig, oder? Es ist okay gewesen, weil was wirklich noch easy gewesen ist, du hast gemerkt, du hast ja immer noch die Bar und dann kannst du einfach ein bisschen mit Leuten sprechen und so. Und wenn du keinen Bock hast, bist du halt einfach mal schnell zehn Minuten um eine Ecke in die Küche, wo die niemand mehr gesehen hat. Gehen hyperventilieren. Genau. Und dann hast du dort schnell kaltes Wasser ins Gesicht gebracht. Und dann sagst du, was mache ich mit meinem Leben? Ich gehe schon wieder raus, sonst frage ich mich das noch mehr. Schnell wieder in die Leute. Nein, das ist dann eben noch mit der Erwartungshaltung ist natürlich crazy. Aber es ist ja schon ein ulkiger Job einmal, den wir haben, oder? Du weisst ja nie, wie es rauskommt. Und es ist auch oft sehr gut, dass man das nicht weiss. Ja, und vor allem, wenn du dir in deinem Kopf ausmalst, wie es wird. Ja. Hundertprozentig wird es nicht so. Ja, voll. Ja. Und das ist wirklich gut, dass man das nicht weiss. Sonst könnte ich das, glaube ich, nicht machen. Ja, aber oft wird man schon auch noch vom… Also man denkt dann so, ah, heute habe ich ein ganz komisches Gefühl. Also man hat zwar… Man weiss es ja dann wirklich, wenn man ankommt und die Leute und auch den Raum sieht. Ich finde, der Raum sagt schon… Jeder Raum hat ja so ein bisschen das Grund Feng Shui oder whatever. Und irgendwie kann man sich dann wirklich schon recht viel weiss. Oder dann kann man auch nochmal irgendwie überlegen, ah, nein, ich glaube, die Nummern mache ich doch nicht. Ich glaube lieber sowas. Und da liegt man ja meistens dann auch richtig mit so Zeugs. Aber im Vorfeld, wenn man irgendwie an den Gig fährt und es ist irgendwie etwas Privats. Und man denkt so, ah, irgendwie, ich bin heute gar nicht ready. Und ich glaube, es wird schrecklich. Und nachher wird es dann gleich, also es ist dann fast so das Beste, was an diesem Tag noch passiert ist. Und das ist dann auch sehr schön. Ja. Sehr schön gesagt. Ja. Sehr schön gesagt. Ähm, wieviel Zeit haben wir, Christoph? Ähm, 74 Minuten. Boah. Da sind wir ja, da haben wir ja die Stunde. Ja, deutlich mehr als eine Stunde. Ja. Ähm, es ist krass, weil wir haben eine Zeit lang immer so Tee getrunken zusammen und haben so ein bisschen gelabert. Und es hat leider, blöd gesagt, einen Podcast gebraucht, dass wir das jetzt wieder einmal gemacht haben. Ohne Tee. Ja, das kann man ja sonst wieder einmal machen, ja. Aber zum Glück hat es einen Podcast gebraucht, weil du es mega schön gefunden hast. Ja, ich habe es auch sehr schön gefunden. Jetzt. Äh. Wenn ich dir fast Daniel gesagt hätte, am Anfang bin ich begrüßt. Ja, ich bin noch ein bisschen zerknittert, aber jetzt habe ich mich so schön wach plaudert. Das passiert jedem einmal. Laura. Ja. Wie oft hast du das gehört? Hey, uoft. Laura Stoll. Also manchmal auch von guten Freunden immer noch. Oder Sarah oder so, alles Mögliche. Also was auch oft passiert ist, ist auf der Bühne Anmoderation von der Person, die auch immer den Event schmeisst, die dann wirklich einfach, ähm, Lara gut, also jetzt. Ohne Scheiss. Herzlichen Applaus für Lara gut. Sie haben dann wie's Lara noch im Kopf, aber irgendwie schleudert sie dann das Gute hinten an einmal. Also das ist wirklich schon ganz oft passiert. Aber das ist ja kein langer Name. Ich finde es mega lustig, wenn das passiert. Äh, nein, überhaupt nicht. Also es ist jetzt auch nicht kompliziert oder so. Nein. Lara gut. Jaja, da muss man einfach wirklich. In diesem Job musst du Humor selber haben, ja. Definitiv. Ähm, die, äh, die, äh, Tryouts im Sommer. Also Tryouts, nein, stimmt nicht. Sondern deine speziellen Mischlesungen im Sommer. Äh, im Herbst. Lohnt sich das, um jetzt da Daten zu sagen? Daten, wenn sie gerade weiss, hauen sie raus. Ja. Wie hat es von Stafford gesagt? 3. 7. Villa Streuli Winterthur. Dann irgendwann im August, äh, Kosmos. Und am 26. 9. Premiere. Mein Programm wird heissen Gipfel der Freude. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mein Solo-Programm heisse immer Krisengebiet. 1, 2, jetzt wäre 3 und 4 oder so. Und da kommt jetzt keine Sau. Wenn ich das so nenne. Ich probiere es jetzt mal mit einem fröhlichen Titel. Gipfel der Freude. Gipfel der Freude. Sehr schön. Gipfel der Freude. Und, äh, wann kommt der Film? Ähm, hoffentlich noch das Jahr. Mhm. Aber so wie ich uns kenne, könnte es auch die ersten 3 Jahre sein. Nein, also ich hoffe es wirklich Ende Jahr oder Anfang des neuen Jahr. Und, dann noch die SRF-Serie, äh, Advent, Advent, Advent. Genau, das kommt dann immer. Am Advent, glaube ich, ist die Idee. Mit dem Gabriel Vetter haben wir dort ein lustiges Polizeiduo gespielt. Ja. Das kommt im Advent. Das kommt im Advent. Ganz viel Erfolg weiterhin. Danke dir auch. Danke, dass du da warst. Boom! Das ist wirklich los. Ich werde mir dienen. Ich werde mir hier auf dem Weg geben. Bis zum nächsten Mal.